www.minisquart.de Sie wissen, dass dieses Auto kommt. Ich bin ein bisschen, aber es ist von uns, Frank. Es ist Knight Rider. Es ist eine amerikanische Serie, die mit Fitch-Grant-Success an der Television. Die Starze in dieser Serie sind Michael Knight, alias David Hasselhoff, und Laura Natural meint ein Kind und sein Auto intelligent. Und zusammenkombatieren, wenn er uns im Konto die neue Serie war. Und Michael Knight war ein Priver, dass er einfach klammert Kitt und sein Auto für den Jet. Und ja, das ist ein Blider. Kitt war ein sehr intelligenter, dass er seinen Pensern, beitern und sein letztes Leben ist. Und der letzte Tag war keine Imagination, sondern die Futuristik. Das ist ein bisschen, dass man in der Realität ist. Aber 18.000, bitte. Es ist der Wohzons und Ingenierse konstruiert, dass das Auto auf dem Weg zu entwickeln, um die Autos zu entwickeln, die sich nicht so schnell mit dem Kit und auf dem Weg zu entwickeln. Differentes Marke von Autos entwickeln Autos, die Essenzen-Chauffeurs sind. Audi, Mercedes, BMW und Volvo sind alle Autos, die sie entwickeln. Engagiert wird die Autos in der Firma Google. Sie hat ein Auto, die ohne Chauffeur funktioniert. In diesen Autos haben sie viele Kilometer zu testen, in allen Situationen. Die Autos, die Autos, in einer Kurs-Piste. Die Autos zu testen, die Menschen, in einer Person, in einer Person, mit einer Auto. Die Autos haben eine Art Intelligenz. in einer Person, in einer Person, reagiert. Die Autos sind auch nicht ohne Chauffeur. Die Autos werden einfach in einer Person, in einer Person, in einer Person. die Autos, Die Autos werden die Autos integriert. Die Autos werden automatisch verankert. Es wird automatisch dass die Autos in einer Person. Hmm, das ist schon ein Flot. Aber wenn du dich an den Autos bist, dann bist du ein bisschen zurück, weil du dich an den Masse geschehen bist, dass du dich an den Neues klaretest bist. Du, zum Beispiel, dass du dich an den Kölben bist, dass du dich nicht in den Arzideit bist. Oder du, dass du dich an den Autos reagierst als ein Automobilist für dich an den Regeln bist. In der Kölz-Kasse, du, dass du dich an den Kölben bist, wenn du dich an den Kölben bist, wenn du dich an den Kölben bist. Die Technik ist aber auch nicht möglich, weil die Technik im Klarten ist, dass du dich an die Autos an die Neues klärst, die Autos ist an die Krankheit, die Menschen, die Menschen, die Menschen, die Menschen und die Menschen. Aber ich will uns hier auch sagen, wenn du dich an die Autos funktioniert. Die Autos sind in den ersten Sprachen zu vertrauen, die die und die und die. Die Autos sind in den Autos die Autos sind, von den Autos zu verabschiedern. Deswegen ist es superintelligente, die mit Millionen Menschen mit den ganzen Menschen, der großen Menschen der Straße und der Menschen in den Autos. Die Radar ist, wenn sie nicht ohne einen Objekt haben, in diesem Moment. Die Autos sind in Sensoren für die Strukturen der Autos. Sie fühlen sich die Autos nicht nicht in der Lübe, nicht in der Lübe, die Autos reagieren sofort und in dieser Zeitdaten zu machen. Die Autos sind in der Nähe. Die Passagier sind, zum Beispiel, wenn die Autos in der Nähe oder in der Nähe oder in der Nähe. Diese Autos können nicht so gut sein. In der Fall, dass der Autos die Autos haben, die Autos verletzt, die Autos verletzten, die Autos verletzten, die Autos verletzten, die Autos ist eine speziee Schraben, in einem Alright-Kompjuter, die durch die richtige Entscheidende und alle Informationen, die sich anwesendetzt bemerkt. Wenn sie das größte Abstandssidigst, die Autos decide selbst, wie sie reagieren, wenn sie die Situation in einer Situation bemerkt. Die Autos voranbricht, die Autos verletzten, nach einer Fr infrastructure-Karantung, die Autos des Zeils verletzten, die Autos in der Nähe oder ESA haben. Das Gleiche ist. Die Experten haben uns schon seit 8 Jahren geleistet, dass die Autosintelligenz in unseren Wegen sind. Die Erd- und Intelligenz sind nicht umgekehrt. Albert Einstein. Er ist ein Pyrenomus-Physiker-Selientier-Mund. Er hat uns, welches er versteht, als sein 100. 36-jähriger Anniversario. Das sind die Inventionsideen und Theorien, die Albert Einstein zu wissen, wie zum Beispiel die TV. Aber er bleibt in anderen Kursen weinen, und er weinen, dass er weinen, und er weinen. Es gibt auch die Inventionen von Einstein. Ihr könnt auf die Archive auf unserer Internetseite. www.zimselabim.rtr.ch Bei der Autosintelligenz haben wir einen Sand, in dem wir in zwei Tagen im Salon d'Autos in Ginebra waren. In der Redaktion des Betaportes gibt es eine interessante Geschichte. Wenn die Autos in der Nähe und die Autos in Autoromanche ist, können Sie auf www.bataporta.rtr.ch Wenn Sie wissen, dass Sie die Autos in den Rüdeln haben, sind Sie? Um ehrlich zu sein, wenn Sie die Autos in der Nähe sind, müssen Sie die Autos in den Rüdeln sehen und selbst auch auf der Sport, wenn Sie die Autos in den Rüdeln sehen. Als Orlando Basse besucht, war die Vizekampion der Schweizer Darts-Stock. Wir haben die Autos in den Rüdeln und sie arbeiten auch so. Orlando hat einen Ort von den Rüdeln in den Straßen zu der Barsche. Der Darts-Stock ist dievielführende der Schweizer in der ersten Kategorie. Sie kennen uns, vor allen Dingen in den Rüdeln Das ist eine Art von Curling und auch in der Autor. Orlando sagt, dass sie gesund ist. Das ist eine Art von Curling. Sie sehen die grüße Farbe aus dem Zoten. Das ist eine Art von Curling. Das ist eine Art von Curling. Das ist eine Art von Curling. Die Schwellenheit ist der Platz, die die Schwellen mit einem Schwellen sind. Die Schwellenheit ist der Schwellenplatz. Die Schwellener wachsen die Schwellen am Torsten von die Schwellenstelle. Die Schwellen sind in Gruppen und wirklich zwei Kilometer. Die Schwellen lassen sich die Schwellenstelle vor. Der Schwellenstelle ist die Schwellenstelle, die Schwellenstelle. Ich habe die Köln auf der Seite gespielt und ich werde es überraschend sein. Das ist ein Schöpfchen und das ist perfekt. In der Grund, es ist die Köln-Köln-Köln-Köln-Köln-Köln-Köln-Köln-Köln. Der Klub der Fußball-Zurren ist der Ice-Mann. Er ist das, was in der Rosseifel und in der Kulte ist. In der Tat, die Situation in der Kulte ist? Die Schule hat sich in der Schule verletzt. Was ist in der Kulte? Ich bin auf dem Land und mache andere Sachen. Orlando dreht drei Städte in der Diama. Das ist das. Ich habe noch etwas mit dem Lager. Er hat Millionen für die Turnier. Er hat das Sport in der Masse. Ich habe ca. 5 bis 7 Uhr. Es ist schwer. Was hast du hier? Es ist ein Wettbewerb, es ist ein Wettbewerb, es ist ein Wettbewerb, es gibt eine Energie. Was ist das Sport, das Orlando macht, mit einem speziellen gegen den Glacier? Es geht darum, um zu trainieren, um zu sein, 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 zu sein, zu sein, um zu sein. Und heute, Orlando auf die PNED, mit dem Wettbewerb, mit anderen. In den nächsten Tagen haben wir die Wettbewerb, die Wettbewerb, die in der Halle in der Selve, in der Selve. Was ist ein Wettbewerb? Welche Wettbewerb? Das Politiker-Strandrote steht im Lauf, ein großes Thema der Diskussion. Es gibt noch einige Themen, die die alle Wettbewerb der Wettbewerb haben, und warum die Wettbewerb der Wettbewerb ist im Lauf. Die Tante in der Hollande und die Lämmende passierte exakt im Lauf steht im Starr der Lämmende. In Lauf ist der Bälle Clardet im Mäzen der Wischernke in der Provinz der Groningen und der Hollande für die Schule. Die Scholar sparen aber ein Thema im Lauf, und er ist Experts von Sains de Plajeir. Sie sind die Menschen und haben uns in der Blädiepie in Lauf in der Region. Bei den Sets und den Fans sollen das nicht ein Thema, aber bei den Gälinien sind die Wischernke schon. In der Naturallmannschaft gibt es die Lauf-Sets, mit dem Lauf-Sets, mit dem Lauf-Sets. Manche Kass will die Visite die Lauf-Pilje mit Humor besitzen. Wir sehen uns heute im Minischquart für den nächsten Tag und wir sehen uns in der nächsten Zeit. Tschüss zusammen! Tschüss! Tschüss!